Also wer Lust hat, kann gerne vorbeischauen. Ich denke so bis 20 Uhr. Das ist auch so ein Test-Livestream von mir wegen meinem neuen PC, dass da alles glatt läuft. Ich werde heute noch ein paar Vorbereitungen treffen, was OBS angeht. Aber ich denke, dass das jetzt alles klappt. Das war ja nur wegen meinem alten PC so vorher, dass da immer irgendwelche Hänger waren. Aber gut, schauen wir mal und ich würde mich freuen...